Hallo und herzlich Willkommen bei Museotablette mit eurem Rockbock und Raccoon bei Battlefield 4. So, wir spielen noch mal die spastische Grenze. Was ist denn bitte hier? Ist das ein Granatwerfer? Scheiße. Haha. Gott weiss wie der jetzt gestorben ist. Puh. So. Den hast du wahrscheinlich gekickt. Was ist denn jetzt der Panzer? Ach da, der zeigt den nicht gesehen. Ganz hinten. Jaja, jetzt hat er mich erwischt. JWD quasi. Ganz weit draußen. Er hat gerade ausgestiegen, pass auf. Hinter uns ist auch einer. Haha, hab ihn. Sehr gut. Hast du den Panzertypen? Den Panzer hab ich dauernd, ja. Oh, hier steht ein Taxi. Ja, und den Mann hast du vergessen. Der Mann? Ja, der lief da unten nämlich noch rum. Ach so. Mr. Obi-Wan-Aioli oder wie er heißt. Der heißt wirklich Obi-Wan-Aioli. Obi-Wan-Aioli. Das ist wirklich so. Obi-Wan-Aioli, ey. Die sind alle drauf, oder? Ey, die kiffen doch alle, ey. Ja. Du sitzt übrigens nicht im Jeep, ja, Boki? Also... Wat? Ne, sitzt da nicht drin, ja. Ja, ich merk schon, hier sitzt ja keiner mehr drin. Und fahr ich eben alleine zu ihr. Halt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp. Warte, jetzt? Lass mich ein. Wo bist du denn? Ich will doch nicht laufen. Na, hinter dir irgendwo. Ach so. In der Wallachei hier. Oh, verdammt. Boah! Haha. Z4 rein, los. Mach den Platz. Ich kann das nicht. Wieso nicht? Weil ich das nicht kann. Na klar, du machst Z4, steigst aus und lässt sich hinrollen. Ja, genau, das kann ich nicht. Ich kann das, wenn ihr da drin sitzt. Mach schnell, mach schnell, mach schnell. Ja, bin ja schon. So. Oh, komm schnell. Ja, bin drin. Okay, warte mal, wir müssen warten, bis er anhält. Ja. Jetzt. Jetzt, warte, jetzt. Nein. Scheiße. Nichts hin, nichts hin. Haha, ich dachte nicht. Schnell mal weg. Ich lenk ihn ab. Ja. Ich fahr mit der Karre wieder geradeaus, warte. Ja. Ich fahr mit der Karre wieder geradeaus, warte. Ja. Das ist ja aufregend. Melissa. Was? Melissa haben wir gekillt? Melissa haben wir gekillt. Oh, naja. Sie hat mich gekillt. Besser, besser als Obi-Wan Aioli. Die Bitch, alter. Die Bitch. Die Hure. Ja, sag mal. Mal diese Ausdrücke hier. Ja. Obszenitäten verstärken jede Meinung. Was? Obi-Wan Aioli, alter. Der Name ist so geil, oder? Der Name ist bestimmt Programm, ey. Ey, da steht die, ey, ey. Da steht die, ey, los. Wo denn? Komm mit, komm mit, komm mit. Ey, ich hab keinen C4 mehr. Oh. Jetzt hat er keinen C4 mehr, alter. Jetzt verpisse dich. Oh, ein Panzer ist gleich dahinter, ne? Zum Glück sind wir da nicht Huffeyang, ey. Vielleicht können wir sie wieder herlocken, wirst du? Markier doch mal E, alter. Ich hab' ihn hier in Scharfschützen. Ne, ne, da mitkrieg' ich auch nicht. Oh, ne, da ist einer. Bei E ist einer. Hinterm Haus. Da bei dem Schrottauto. Jetzt steht er da. Guck da gerade vorher, jetzt steht er wieder dahinter. Oh, hier hat er es. Jetzt kommt er, jetzt rennt er auch zur Tankstelle. Oh, ist das denn? Boah. Verdammt. Der wird gleich wieder E killt. Ich kann da nicht arbeiten. Mann, 3 zu 3 und... 1.111 Punkte. Ups, da bist du ja ja nicht. Muss ich jetzt einen ausheben, oder was? Nein, musst du nicht. Okay. Ich meine, kannst du, wenn du willst, aber... Ach, ne. Bin pleite. Geht nicht. Immer diese faulen Ausreden. Ja. Ja. Da hatten wir ihn beim Bund gehabt. Der hat auch immer gesagt, ja, ne, du, diesen Monat ist schlecht. Ich geb den nächsten Monat ihn aus. Naja. Dreimal darfst du raten, was der nächsten Monat gesagt hat. Ach, ne, jetzt ist auch ganz schlecht. Ne, da war noch schlechter. Ja. Ey, da kommt einer auf uns zu. Pass auf. Wo? Wo, von rechts hier. Oh, er hat mich, er hat mich. Wo bist du denn überhaupt? Auf dem Hügel. Na, ich war bei dir. Nee. Das bist du ja auch nicht. Nee. Ich sitz da hier im Panzer, fahr grad zur A. Ich bin hier bei Bello, Junge. Wer ist denn Bello? Bello, Bello, keine Ahnung. Alter, kannst du dich mal entscheiden, wo du jetzt hinfährst? Ich brauch Panzer-Kills, du Nase. Wo kommt er denn her? Boah. Na ja. Mal nur, ich will bei D-Spawn. Wo ich nicht mal schnell B. Mal schnell B halten, irgendwie. Gute Idee. Geil, ich beobachte gerade, wie Ena mit dem Panzer kämpft, mit seiner Bazooka. Mann, ich nehme C ein. Was ist das denn hier? Worauf schießt ihr denn? Ist doch ja keiner. Doch, dahinter. Ah, dahinter ist Ena. Komm, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Da war er. Und Schiss. Alter, was macht der mit dem Panzer? Nein, ich habe ihn nicht gekriegt. Ist doch ätzend. Ach toll, Hilfe zählt als Kill. Oh, ist da noch einer, oder was? Ich steig hier aus, das ist mir zu heiß. Das ist mir zu heiß. Die snipern alle von hier oben. Heli kommt auch gerade. Bist du ja gar nicht, Mensch. Wenn immer dir, dem anderen hinterher. Der ist auch so grün wie du. Ah, dieser Velo? Ja. Ich bin noch an der Nähe von Velo. Ich lauf ihn auch hinter ihm. Oh, da sind welche hinter der Mauer, Alter. Krass. Ja, da kommt gerade ein Panzer. Ich habe sowas auf der Schulter. Warte mal. Kann da was. Kann da was abfeuern. Och, Mann. Ey, das kann doch nicht sein. Komm da von hinten, ey. Das wird keiner leiden. Weißt du was? Ich werde jetzt mal meine Claymore werde ich einfach mal austauschen. Gegen eine Muni-Kiste. Was hast du denn dazu? Das wär mal. Das wär doch mal eine Maßnahme, wa? Ja. Oh, das ist panzerfrei. Panzerfrei. Ja, ich bin drin. Ich bin drin. Aber nicht so schlimm. Flieg mal. Oh, Baum... Das war knapp. Oh, scheiße. Schnell raus hier. Wird der gerne mal diesen Heli schrotten, ey. Mir sowieso mal auf den Keks, das Ding. Ich hab leider keine Raketen. Ich hab ihn geschrottet, aber weißt du wie? Ich bin Kamikaze-mäßig in ihn reingeballert. Roadkill, yeah. Sehr gut. Sitz bei dir drin. Okay, weg hier. Lass uns das Ding dann mal mit C4 bestücken, wenn wir fertig sind. Da ist einer auf dem Turm. Oh, 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 oh. Ah, schnell weg hier. Da ist der Sniper auf dem Turm, genau. Steck dich mal da hinten hinterm Häuschen oder sowas. Ah, sehr gut, okay. Da rechts, genau. Einfach hinterm Häuschen stehen bleiben. Sehr gut. So, warte, 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 warte. Mal kurz aufladen. Eins, zwei, drei, und Action. Na, komm, jetzt. Such dir einen Panzer aus. Mal gucken, woher er ist hier. Dabei, ah, ist einer. Du darfst bloß nicht so schnell fahren, ne? Dann fährst du nicht so genau. Ein Panzer killt's mal anders. Ich hab ihn markiert auf der Karte. Genau, schön fahren. Oh, da ist er. Okay, okay, okay. Er sieht uns, er sieht uns. Oh, pass auf. Genau. Da ist einer. Warte zu. Und, Verzündung. Verzündung. Der hat nicht schnell gebracht, der war zu früh. Der war nicht richtig dran. Der war nicht richtig dran. Mr. Golden Hotdog hat mich gerade gekriegt. Ey, es ist ja überall welche, Alter. Unklar. Bei uns auf der Wiese sind mehr als von uns. Vietcong-Style hier. Wir haben irgendwie auch Rianisht hier, wa? Ein Jeep ist gerade frei, warte mal. Ich werd den mal bestücken. Warte, noch nicht losfahren, noch nicht losfahren. Ja, bleib doch mal ruhig. Die Alarmanlage. Nee. 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 Datatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatap. Da ist ein Panzer. Zack. Hol ihn dir, hol ihn dir. Leck den Tiger an dir. Und dir? Sie sind so leicht. Okay, okay, okay. Aus und Zündung. Verdammt. Harst ihn noch. Ach so, okay. Hast ihn. Ohh. Jetzt wurde ich erschossen. Das war ja ein Multi-Kill, wa? Geil. So geil. Ach, verdammt. So völlig unwissend ein Multi-Kill, wa? Oh, das ist ein Panzer-Frei. Ach, scheiße. Kommst du wieder in den Jeep rein, oder was? Der Panzer wird nicht frei. Nee, verdammt, bin tot. Okay. Man, weißt du was? Wir haben Double-XP und ich habe keine Dinge an ihm. Krass. Wir müssen gleich mal Metro... Was ist denn jetzt los? Was? Mein Auto hat sich gerade überschlagen. Cool. Ich weiß aber nicht, warum. Oh, da ist A. Da ist A. Aaaaa! A? A. Oh, ich glaube, wir werden beschossen. Oh, ich bin tot. Lack ich ja mit meiner Form nicht umrichtig. Aber irgendwie ist mein C4 hier nicht mehr drauf. Wieso kann ich da jetzt nicht mehr einsteigen? Jetzt schon haben wir uns beschossen hier. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir fahren mal durch die kalte Küche. Hier ist er ja kein... Ach da, ach da. Wenn du einen Panzer siehst, schrei... Hier waren auch Mominen, glaube ich. Das ist nicht gut. Nee, oder? Das war ein Baum. Sehr gut. Wir lassen den jetzt hier genau in der Mitte stehen. Steigen aus. Hast du? Ja. Ich leg dir mal hier Muni hin. Ja. Die Frage ist, ob da mal irgendwann einer kommt, oder? Oh, 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 oh. Da ist irgendwo ein Sniper. Ja. Na ja, er hat ihn. Hat er ihn? Ja. Sehr gut. Da war einer von uns. Wir haben E, wir haben E. Ist ja schon mal was, wa? Da hat einer. Da hat er runtergesehen. Da. Was? Panzer? Nee, von dir aus kommt. Da rett einer. Hey, ich sehe keinen. Was denn? Na, ist irgendwo da hinterher. Toll, ich warst ja uns wieder. So, weißt du was? Das funktioniert gar nicht mit dem Jeep hier. Nee? Nein, weil der sich selber zerstört irgendwann. Nee. Alle cheeky. Nee. Der hat nur 100%. Oh, man löst der sich auf. Ja, ja. Ach so. Alter, ich hab die jetzt beschossen hier. Ah, verdammt. Da ist einer. Nein, der hinter dir, hinter dir an diesen Blechboxen. Ich sehe nichts. Wo denn? Er ist runtergerannt. Ich hau mal ab. Ist mir zu heiß hier. Fuck, da kommt ein Panzer. Ich hab keine Minen gelegt. Ja, Multi-Kill. Von wegen, das geht nicht. Guck mal, wie das geht, wa? Weggefetzt hab ich den Typen. Na, sowas von. Damit hat er nicht errechnet. Mua. So, wo krieg ich jetzt einen neuen Jeep her? Sag mal, wann taucht denn hier eigentlich mal der Panzer auf? Das würde mich ja mal viel eher interessieren. Ja. Oder? Oh, oh, oh. Ich werd beschossen. Oh, oh, oh. Oh, ich hab ihn gemessert. Hehe. Mich grad gesehen. Geil. Porno. So, machen wir hier mal wieder Pause. Wird mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Amizio-Tablette mit eurem Worg-Worg. Bis dann, ciao.